Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TechTown mit mir dem StrealPay Juju Meta Emmer But Emerald now has a recipe Ja überseh ich den Emmerald Moment 1, 1, nö Warte mal da unten ist noch was Ähm 1, 1, achso Achso, okay Äh, ich hab's verstanden Musste grad auf der Seite nachgucken 10 10 Nochmal kurz Äh Bappappappapp Nope Hm, hm, hm Äh Ne Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen den Green Saphir Schmeißen den irgendwo hin, weil wir finden eh keine, äh, Emirates Da brauchen wir uns gar nichts vormachen, die finden wir nicht Das ist An I- Impossible Wir schmeißen die weg Und dann nehmen wir Moment Ah Fresse, oh ist der geflogen Voll Und nehmen uns unseren Cheatmodus und müssen uns leider drei Emirates cheaten Das tut mir jetzt leider, nein tut's mir eigentlich nicht Aber es ist einfach impossible Emirates zu finden in diesem Spiel It's impossible Seriously Sorry for that, äh, ja Chronotype, äh Ich weiß gar nicht, wie rum ich den jetzt aufstellen sollte Wir müssen mal schlafen gehen Beziehungsweise Hui, lasst ihn fliegen Lass mal schlafen Huch Oh, komm mal strecken Es ist hier so, oh, es sind hier gefühlte 500.000 Grad in dem Raum Und ich sterbe Ich sterbe einfach innerlich Okay, hier Brennt grad alles Wie ist das? Nein So, Fresse Haben wir jetzt alles, was Töt, tötig ist, getötet? Jupp, haben wir Und zieht Und Feuer Nein Okay Ein paar Minim-Shards hier Kann nie schaden Ein Zombie Da war ein Zombie Äh, ich hab Hunger Goddammit Ähm Können wir Hühner töten? Oder nimmt mir Phipps das übel? Ich glaube nicht Ich glaube, er nimmt mir das nicht übel Ah, es bringt mir jetzt eh nichts, weil ich keine Ich geh, ich muss nochmal nach Hause Moment Oder hier, zu Phipps Phipps geht auch Haben wir denn noch Lava? Lava ist noch easy Alles, alles super Äh, hier mach mal Raw Chicken zu Cooked Chicken So Tut mir immer noch ein bisschen leid wegen der Cheat-Aktion Aber, hm, naja What I must stun Set I must stun Oder so ähnlich Weißt du, Schwein So Äh Ist das jetzt richtig? Ich glaube, ja Wie sieht's mit Strom aus? Stromtechnisch hier Alles easy? Alles easy 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 So Jetzt müssen wir Momentchen Äh Oh mein Gott Äh, ich muss Ja hier, irgendwo Ah hier Okay Gefunden Alles easy Alles cool Das hier können wir ja natürlich eigentlich wegmachen Weil das brauchen wir ja nicht Äh Alter Gott sei Dank kann ich unter Wasser atmen Gott sei Dank kann ich unter Wasser atmen So Äh Okay Was muss rausgehen? So, äh Einstellung Moving Babys Genau Genau Reicht das? Äh Theoretisch Ja So Hat gereicht Super Super So Macht der Chrono-Typer jetzt Was er soll Äh Äh Nein Äh Moment Ich glaube, die kann man So abbauen Genau Äh Äh Ja, genau Warum nicht Ah, jetzt Okay So, so, so Hat es funktioniert Alles klar So Und dann können die hier Groß werden Werdet groß Wie eure Eltern Ich denke mal Ich packe hier noch ein paar mehr rein Ähm Dass die sich noch ein bisschen Vermehren können Damit Äh Alles noch so ein bisschen Okay, jetzt aber die Erfolg zur Stufe Ah, sind wir eigentlich noch nicht genug Wir könnten noch ein zweiter Mit dran basteln Huch Wo bist du denn her Scheiße Ui So Da Ich kriege mal Gänsehaut bei sie Bei diesen Geräuschen What the fuck So Haben wir noch Fertilizer Nö Fertilizer ist für heute aus Na gut So Haben wir das auch noch Was wollte ich denn jetzt Mann Jetzt kommt Theoretisch Ja, jetzt hat natürlich Fips hier das total Beschissen Gebaut Ähm Da müssen wir noch mal Umbauen hier Weil hier ist Uch Da fällt schon was runter Siehst du Weil hier Kommt jetzt noch eine Maschine Dann im Prinzip dran Die uns noch ein bisschen Das Schweinefleisch Dann auch noch grillt Und Dann Äh Wenn es gegrillt ist Kommt es direkt ins Lagersystem So ist der Plan zumindest schon mal Was brauche ich denn hier Also ich würde mal sagen Es muss ja Äh Ich muss mal nach Hause Und mal gucken Ich baue das gerade mal Ich baue das gerade mal Wie heißt denn das Ding Ich äh Muss gerade noch mal bei Bei Beim Wiki gucken Bitte schön Bitte schön Take it light Wiki Äh Buildcraft Minefactory Reloaded So wo ist denn das Breeder Chronotyper Composter Grinder Grinder ist das glaube ich Ist das der Grinder Ähm Like Will slaughter Animobs Animals Including cats But it will not kill Players And baby animals Genau das ist der Grinder Den brauchen wir Dann baue ich das gerade mal Zusätzlich nehme ich mir noch Wo hatten wir denn gebaut Hier den Electric Furnance Muss ich noch mitnehmen Grinder Äh Ein Buch Ein Piston Na Leder haben wir hier noch Oder Theoretisch Sollten wir genau Hier noch eins haben Sugarcane Ich kann mal oben Noch was abernten hier Ist ja schon wieder gewachsen Ist ja super Wenigstens auf das Zuckerrohrs Verlass Wie sieht denn das hier eigentlich so scheiße aus Von den Blättern her Was ist denn da passiert Muss ich auch nochmal was aufräumen Zack Eins, zwei, drei Und ein Leder Und dann haben wir ein Buch Hier drüben Bauen wir Das zusammen Haben wir noch Kobbel Kobbelstone Haben wir Naja Aber wir haben schon 300.000 mittlerweile Die Query arbeitet auf jeden Fall gut Solange sie Strom hat Ein Piston Jetzt brauche ich wieder Plastik Könne ich gleich mal hier Äh 64 Rubber Beantragen Und Das läuft ja alles So weit Jetzt brauche ich noch ein Goldschwert 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 Das in die Mitte Und jetzt brauche ich noch das Plastik Plastik Erinnert mich an ein Spiel Aus so ein Spiel An meiner An ein Spiel Aus meiner Jugend Meine Güte Ähm Wie hieß denn das Das habe ich Direkt dazu bekommen Wo ich mir meine Playstation 2 damals Gekauft hab Oh das war geil Irgendwas mit so Hubschrabern Und so grünen Menschen War das So grüne Menschen Und dann konntest du Mit Hubschrabern fliegen Ähm Die so verschiedene Bomben Und sowas hatten Ich weiß gar nicht mehr Was das war Das war cool Das war auf jeden Fall geil Damals Grinder Und Electric Fernance Gut Ah ein bisschen Ähm Wie ist das hier Ein paar Glasfaserkabel Kann man noch machen Huch Das sollte jetzt Aber eigentlich reichen Grinder Ähm Halt stopp Halt stopp Ja du musst sterben Sorry Ähm So Bauen wir den Scheiß hier mal auf Der muss ja oben rein Ne Der muss ja Dann muss der hier hin Und dann kommt der von oben da rein Und vorne Muss dann Oder seitlich Pumpen wir das dann raus Ähm Ne warte mal Mach mal anders Electric Fernance kann ja Gott sei Dank nicht kaputt gehen Zack Und Dann Tja Hm Ist jetzt allgemein ein bisschen Schwierig vom Aufbau her Wir müssen Ich weiß gar nicht Ob das funktioniert So wie ich mir das vorstelle Ich glaube aber nicht Ich baue nochmal Ich nehme mir gerade mal die Die Redstone Engine Ich baue das immer da dran Ich will aber eigentlich gar Ne ich will gar nicht Redstone Engine Redstone Engine Und wir brauchen eigentlich noch eine Zack 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 Na komm Achso Da gibt es ja noch eine raus Ah Verdammt Na gut Verbaut Eine Verbaut Ah Hilfe So Dann bauen wir nämlich Hier mal richtig was aus Hier machen wir Haben wir nicht noch Schalter dabei? Ja Gut Hier bauen wir die dran Hier mache ich mal Dicht Na so Und dann kommt hier auch ein bisschen mehr raus An Soße Und ich überlege mir gerade Ob der Tank überflüssig ist Ich glaube aber eigentlich nicht Naja mal gucken So Hier Der Äh da muss Achso Ich habe jetzt natürlich Direkt Erstmal vergessen Halt die Fresse Halt die Fresse Okay Alles Alles cool Ich muss erstmal schlafen Ich muss gerade mal die Musik Ändern Oh Gott Habe ich schon mal erzählt Dass es warm ist Ich Ich schwitze hier so Vor mich hin Und wir können erstmal eine Folgenphase machen Gut wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Und dann machen wir weiter Mit der Farm Und so weiter und so fort Macht's gut Haut rein Und wiedersehen Tschüss